Wer die erste 90-Plus-Icon zieht, hat das Ding gewonnen. Ja, der ist auf Ansage, der ist der Preis. Heute Mittag, wir sind Pelé, Ronaldo und Klinger und Karlsruhe. Jetzt aber weder Pelé, weder Ronaldo und Karlsruhe. Wir haben eine Möglichkeit, noch etwas Würde in unsere kleine Studie zu bringen. Eichen. Nein. Doch, das ist eine! Das ist keine. Das ist eine, Digga! Ja, 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 ja! Hi, Ronaldo und Entschuldigung bei TZ! Schuhwäsch. Freunde, wirklich, man muss hier sagen, gestern war der unglaublichste Stream in unserer ganzen Youtube-Laufbahn, würde ich sagen. Ist so. Das war der unglaublichste Stream, Freunde, was gestern passiert ist. Da geht auf jeden Fall vielen, vielen Dank raus, dass wir das mit euch so Momente teilen können, Freunde. Dass die TZ-Army da ist, dass wir so ein geiles Ding machen. Man muss einfach sagen, Freunde, ihr müsst auch Broskis Best of abchecken, weil... Unbedingt. Was da gestern passiert ist, es war YouTube Deutschland FIFA-Geschichte. Digga, das war nicht gut, das war Hollywood-Blockbuster. Ja, ganz ehrlich, Freunde, was hier passiert ist, wir haben dafür keine Worte, Jungs, ja. Wir sind immer noch, ey, wir sind jetzt wirklich... Und für diese Momente, Freunde, lebt man. Ganz ehrlich, für diese Momente lebt man. Und wirklich, wenn ihr auch das feiert, Freunde, dann lasst hier wirklich ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da, wie gesagt, checkt Broskis aus. Wir haben gar nicht mehr zu sagen, Freunde, wie einfach, gönnt euch dieses Video. Diese Best of ist wirklich das krasseste Video in 2019 auf unserem Kanal. Ja, deswegen, Freunde... Weil einfach die Story dahinter, die glaubt man nicht. Wenn man nicht dabei war und es nicht selbst gesehen hat, glaubt man das nicht. Wenn ihr das euren Freunden erzählt, die haben das nicht gesehen, die glauben das nicht. Genau, Freunde, deswegen tragt auch ihr einen Teil vielleicht da mit bei diesem Video. Lasst hier einen Daumen nach oben da. Die Teasy-Armee kann, die kann eskalieren, Freunde, wirklich. Wenn jeder einfach hier ein Däumchen nach oben da lässt, dann wird das Video das unglaublichste Video auf dem Kanal, Freunde. Egal ob Daumen oder ein nettes Kommentar, ist egal, irgendwas, Jungs. Teilt es einfach mit uns, Freunde, teilt die Freude, das, was gestern passiert ist. Gönnt euch das Video, wir lieben euch. Liebe geht raus. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachtszeit, bruscht euch. Jetzt ist natürlich ein Lightning-Round-Star. Natürlich ein Lightning-Round-Star, die Schlingels, Alter. Was guckst du mich so ängstlich an? Ich hab's gesagt, ne? Wir wissen ja gar nicht, ob was abgeht, Digga. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Wir gehen einfach Blinkflug hier rein. Oh! Grosetoni, 88er Grosetoni. Okay, ich muss aber abbrechen. Aber was geht ab? Haltet uns mal auf dem Laufenden. Was geht denn ab, Jungs? Komm, mach mal was. Geht rein, das ist eine Prime-Icon, Digga. Das wäre so wichtig. Nein. Aber es ist ein Walkout. MS. Nein. Nein. Das ist die Insignia. Stabil. In Form. Walkout. Portugal. RM. BC. BC. BC, Batza. 86er. Was war das gerade noch für den Lichtschein, der gerade noch da drauf gestrahlt ist? Böse war dran eigentlich. Nee, ist egal. Ah, sorry. Und jetzt hat er... Achtung, Achtung! Ich fress den Besen, Digga. Näh, 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 näh. Ist soweit. Da sind sie. Oh, 90.000 in die Bob-Bey-Lade rein. Wie läuft die WL, Jungs? Ja, ganz gut. Simon hat gerade ein bisschen gechockt. Halt's Maul! Cracketitsch. Oh, Voltitsch. Immerhin, Digga. Immerhin. Röhle das da auf dem Markt. Never. Oh ja, das ist so. Das ist so. Boah, wie hoch leuchtet das, Digga. Oh. Ah. B, C, B, C. Haben wir heute noch gar nicht gezogen, oder? Frank Reich. Torwart. Ey, von rechts. Hast du schon einen Walkout heute gezogen? Ja, hab ich. Wen? Modric gerade eben. 90. Das war böse. Nee, war gar nicht. Böse, sag was. Ronde zwei mal sehr, sehr begeistert. Kann ja nicht wahr sein. Wie weit fahren wir eigentlich in den Laden? Ich weiß es nicht. Wie weit sind wir denn? Oh, böse. Böse auch, näh. Okay. Voll im Benze, bra. Bonoce. Ist ein Kellini. 89er. Guck mal, dass ich wusste, dass er da ist. 89er. Da ist er. So ist die 91er, Ballack. Hab ich so Ballack. Da hat er die Alkenwette gewonnen. Hat er gezogen. Ich dachte, der hat den gekauft. Hat er den Save. Niemals. Der hat gekauft, Digga. Never. Ich sag, der hat. Never. Der hat eine drückliche Pause. Was ist los? Der hat einen. Fuck. Iconwette gewonnen. Fuck. Und noch, er schickt uns noch Rutschen, Digga. Er hat jetzt die Ehre genommen. Jetzt kannst du noch einen Kräuter kaufen und abschluss. Ruf ihn an, bitte. Fuck. Nein. Das ist wirklich schwer. Du Wixer. Du Wixer. Für alle die Jahre. Ja. Warst du sogar auf Anzeige? Ja. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, jetzt einfach eine Crime-Icon ziehen. Ich möchte die ersten im deutschen Bereich haben. Und dann hab ich die Bank aufgemacht. Oh, Watschel. Oh. Fandig noch. Fandig. Fandig. Aber ich kann mich nicht... Außer gut. Außerbericht noch. Ich kann mich nicht mehr freuen. Chichi, Broski. Das macht zack, zack. Vier Millionen der Baller quert. Einer ist der Schnapper. Chichi, Broski. Chichi. Oh, was für ein Set, Digga. Ich komm gar nicht klar. Besser wie die Prime-Icon. Nein. Ja, dann stick mal auf. Es ist ja auch schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, wir hören uns. Hoffentlich kommt bald FIFA 21 raus. Okay, der Set ist krass, aber... So, Freunde, das war's ja heute. Ich war da oben noch. Chichi, Broski. Nee, Jungs, wirklich. Geht auch kurz bei ihm vorbei. Schreibt Chichi von den Teasies rein, Jungs. Icon-Wette gewonnen. Die Jahre davor haben wir gewonnen. Jetzt geht Logan Paul, nee, weil wir rutschen. Wir sind rutschen gegangen. Ich glaub, Benji und Stein, die waren da nicht mit drin, die Muschis, ne? Ich hab grad keinen Hunger mehr. War aber nicht gegangen. Das ist mein Tag heute. Hab ich auch noch ein Pack-Ziehe? Nein. War das... Nein, das war der 89er, Cruyff. Nee, wir müssen die nächste Icon des Karten, die wir ziehen. Die beste Icon. Die, wir müssen Cruyff, Cruyff. Das Schlimme wär ja noch. Ah, nee, wär jetzt nicht mehr. Jetzt könnt mal beruhigt eine Ziehe. Ich will jetzt ein Prime-Icon ziehen, weil es ist ja ab jetzt und die beste, die wir gezogen haben, war Cruyff. Statement zur Lage. Äh, ja. Lage ist schlecht, ne? Ist ein scheiß Tag heute. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, ne? Warum machst du jetzt noch eins? Ach so. Mach jetzt nicht ach so. Ich bin gerade... Mein Kopf hat ausgeschaltet. Guck mal, da lacht sich ein kaputter drüber. Stimmung ist mäßig aktuell. Wir rufen ja nochmal an, oder? Weil das jetzt aussieht. Ja, aber guck mal. In Game Weather ist der Jarab besser wie der Korn. Böse hat auf der Maul. Schönen guten Tag. Es ist von Cisi. Proski, uns geht's gerade richtig scheiße hier auf der anderen Leitung. Ja? Ja, dann weiß ich mal, wie es sich anfühlt. Mal ganz kurz. Wie läuft denn das ganze Ding jetzt ab? Ja, Käuf, Baby kaufen, abschließen und weinen. Direkt jetzt? Ja, du kannst es jetzt im Stream machen. Kannst du dir noch ne... Ja, ich würde sagen, eigentlich direkt, oder? Ja, ich würde sagen, jetzt im Stream. Ich meine, dann habt ihr für morgen einen guten Titel fürs Best-Off. Also ich würde die zweite Video nichts in der Hand nehmen. Eins muss ich sagen, ich kann nicht abstoßen. Ich habe ihn gezogen. Es geht nicht. Also, mach das jetzt live. Ja. Machen wir jetzt live. Kannst du dabei sein? Ich kann auch die günstigsten kaufen, ne? Also, ist nicht so schlimm. Ah, bin ich aber großzügig, du Wichser. Wir haben damals für 1.8 verkauft. Wir haben ein bisschen Minus gemacht, irgendwie. Super. Du verkackst die WL? Du ziehst das erste eigene Koi, warum? Zieh doch in Nakata. Ich kann das nicht machen. 2, 3, 8, 4, leider. Ey, ich... Tut mir echt ein bisschen leid. 2, 3. Aber ich... 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 Es ist einfach schön. Wirklich. Ich werde die Nude gleich einfach mal ein bisschen schön in die Hand nehmen. Mit beiden Händen, ehrlich. Weil ich krieg 66.750 Coins. Dafür kannst du direkt behaben, was SBC machen ist. Gut. Musst du auch mal so sehen. Ich kann nicht mehr hören, Digga. Ich muss den wegschalten. Wer macht denn das jetzt? Mach den Schnickschnack-Schnuck. Mach du einfach. Nee, mach den Schnickschnack-Schnuck fertig, oder? Du hast ihn gezogen, bringst ihn einfach. Du hast uns das Unheil eingebrockt. Wir haben alle gefeiert über den Gräuf. Aber jetzt mein ich über den Gräuf. Hey, okay. Es gibt nur Ere, das mache krank. Alejandro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und heute in der Aufnahme mit Steinen, die sagen wir noch, es läuft gut. Wir haben ja nicht viel biskabel dieses Jahr. Digga, wir haben jetzt nichts mehr. Wir haben eine Möglichkeit, noch etwas Würde in unsere kleine Studie zu bringen. Heute Mittag haben wir einen Pelé und Ronaldo und haben keinen Gräuf diskadet. Jetzt haben wir weder einen Pelé, weder einen Ronaldo und haben einen Gräuf diskadet. Einen. Nein. Doch, das ist eine. Keine. Das ist eine, Digga. Ja. 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 Alle hab ich's gemacht. Alle hab ich's gemacht. Alle hab ich's gemacht. Es ist abgedacht. Scheiß drauf, Kräuf. Es ist gesungen. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiß drauf, Kräuf. Was ist das? Ja. Ja. Was ist das? Digga. Scheiß drauf, Kräuf. Was ist das? Digga. F*** dich, Brösel. F*** dich. Was ist los? Alter. Was ist los? Ah. Digga. Ich glaub das nicht. Digga. Ich glaub das nicht. Digga. Ich glaub das nicht. Digga, nach der Geschichte grad. Ich glaub das nicht. F*** ich schick. Ich glaub das nicht. Was hab ich's gemacht? Ich weiß es nicht. Bitte bis an. Bitte bis an. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Komm zusammen. Komm zusammen. Ich gib's nicht alle. Achtung. Achtung. Wer ist Broski? Ein Niemand. Wer ist Broski? Ein Niemand. Wer ist Broski? Ein Niemand. Er hat sich da gezogen. Timo. Wer hat Kräuf des Garnes? Timo. Wer ist der Beste? Tissi. Tissi. Einfach eine Kattelstunde. F***. Und er sagt es ist keine Icon. Was ist hier los Brösel? 20 Minuten zu spät. F***. F***ing 20 Minuten zu spät. Ja. 94er Zedan, Digga. Digga, warum sind wir zu spät? Warum? Ich weiß es doch nicht. Broski? Wer ist Balak? Wer ist Balak? Alle verlinken Ad Broski. Ad Broski bei Insta. Komm. Wer ist Balak? Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ich zieh durch, weiter. Aber ganz ehrlich, wie stark kannst du aus so einem Loch rauskommen? Ich hab mich rausgezogen. Ich war ganz unten. Ich war ganz unten. Aber hey, hey, das ging nur, weil ich Kräuf des Karte gab. Der Termus weg ist ein neues Loch. Team Tissi, Digga. Team Tissi. Bruder. Ist das eine Prime Icon? Das ist scheißegal. Da kann ein kleiner Balak, der kann sein Arschloch nehmen und kann weglaufen. Das ist noch mehr wert als 2,3 Millionen. Digga, da ist sowas von safe mehr wert. Bruder, 3,1, mein Freund. Wir haben Plus gemacht. Seit 800 Jahren Blut. Digga, das glaubt dir keiner, ne? Broski, ich lieb dich, Bruder. Ja. Ich lieb euch auch. Ich lieb dich auch. Das ist wie ein guter Film. Ist so. Aber klären wir mal kurz, wie geht sowas? Ich weiß es nicht. Oh, noch Sedan, Digga. Es gibt so viele Icons, Digga. Ey, ganz ehrlich, als ich Frankreich gesehen habe und ZOM war bei Blunk, habt ihr da dran gedacht? Ich war bei Baby Blunk. Ich war komplett gehangen. Ich hab bei Frankreich eh schon die Dinge weggekommen, die wir ja da, gell? Was so, wir machen gerade kein Game jetzt hier. Wir laden jetzt noch mal die Ampel los. Ja. Und dann, als du sagst, nee, das ist so, hä, sind wir zu dumm? Ja. Also, nee, ist ne Icon. So in dem Moment wie Zeitlupe, wir gucken uns an, doch, ist ne Icon. Und der, und der, nein, nein, ist keine, ist keine. Wenn jetzt ein Kräufe mal kämen, halt einfach der Maul, springe ich da durch die Scheibe. Halt einfach der Maul. Bitte kommt ein Kräufe. Spring da durch. Feuer. Digger, du musst dir vorstellen, das ist ein Zidane, ein 94er. Ein fucking 94er, Digger, das ist... Komm. Komm. Kriegssi. Kriegssi, Kriegssi. Wer stark abkackt, kann nur stärker zurückkommen. Ist so, Digger. Man muss immer wieder aufstehen, Digger, immer wieder aufstehen. Mund abputzen, weitermachen. Stark. Testigen. Du, du machst jetzt die... Baza durch, oder? Ja, ich mach jetzt Baza durch. Was hält der von Messi, wenn ich im Ziel wird noch? Der nächste wird Messi dann. Uh. War die, oder? Ne, das ist der Sancho. Hoi, stark. 50k. Aber geht nicht mehr mit. Der Tom allein muss heute schon zwei Seiten Liste schreiben, ne? Ja. Der schreibt schon. Die Tintel ist schon ausgegangen, Digger. Ich könnte dir den Messi. Oder von Dick nochmal. Yes! Von Dick, Junge! Wichtig, Digger. Der macht ganz gute Rocker, Alter. Ist so. Er opfert sich fürs Team, Digger. Alter, stark. Digger, was kostet der noch? 500. Wir haben mit dem auch mal direkt eine Milleholt gemacht, Alter. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.